Mitterkirchner durchwandert in nur 19 Tagen den Himalaya. Josef Gusenbauer aus Mitterkirchen durchwanderte den Himalaya in nur 19 Tagen. Er legte insgesamt 350 Kilometer und 11.000 Höhenmeter zu Fuß zurück. Den AHS-Professor zieht es seit jeher in seinen Urlauben in die entlegensten Regionen des Erdballs. Dieses Jahr absolvierte er einen dreiwöchigen Marsch auf einem historischen Pfad quer über den Himalaya. Denn Mitterkirchner reizt dabei vor allem die archaische Kraft, die von der Landschaft ausgeht und die seit Jahrhunderten unveränderte Lebensweise der dort lebenden Menschen. Er teilt seine Erlebnisse und spektakulärsten Fotos nun in Form einer DIA-Vision, die er seit letzter Woche in fünf Gemeinden im Bezirk Berg präsentiert. Untertitelung des ZDF, 2020